Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Scott Aspect E-Bike. Zwar haben wir hier den Bosch Performance Line CX Motor. Wir haben einen 500WH Akku und das Bosch Intuvia Display. Die Schaltung ist Shimano Diore und wir haben eine RockShox 30 Federgabel. Die Bremsen sind BR von Shimano und am Lenker haben wir noch einen Knopf, um die Federgabel zu blockieren. Der Wechsler ist ein SLX und ich zeige euch ganz kurz das Display. Hier sieht man gleich die Laufleistung, auf dem Handy flackert das Original nicht. Hier kann man über die Info-Tasten alle weiteren Infos abfragen. Maximalgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Uhrzeit, Fahrzeit, Reichweite. Reichweite ist eigentlich das Interessanteste. Das zeigt euch immer an, wie weit ihr in dieser Unterstützungsstufe kommt. Also in Turbo 25, in Sport 28, in Tour 31 und in Eco circa 50 Kilometer. Ich fahre eine kleine Runde mit dem Fahrrad, damit ihr seht, wie das Ganze tut. Der grosse Vorteil bei diesem E-Bike sind eigentlich die Pneu vorne, sind zwei 35er Pneu für ein schönes Fahrgefühl. Entschuldigung! Entschuldigung!